Ein Ultimaker Konto anlegen Du gehst hier oben auf den Punkt Anmelden, dann erscheint das kleine Anmeldefenster. Wenn du schon ein Ultimaker Konto hast, brauchst du dich hier nur noch anmelden. Wenn du kein Konto hast, gehst du hier einfach auf Kostenloses Ultimaker Konto erstellen. Der Browser wird geöffnet und du kommst direkt ins Anmeldefenster. Hier gibt es noch mal ein bisschen was zu bestätigen. Privacy und Cookie Police. Das machen wir mal und dann kannst du hier einfach deine Daten eingeben. Also füllen wir erst mal das Formular aus. So, jetzt bekommen wir eine E-Mail und müssen den Account bestätigen. Das habe ich mal eben gemacht. Ich habe den Account bestätigt und jetzt gehe ich noch mal zurück zu Kura. Klicke dort mal auf Anmelden und lande jetzt im Login. Dort gebe ich meine E-Mail-Adresse ein. Klicke auf Next, gebe mein Passwort ein und gehe auf Sign in. Erlaube ich. Und nun sind wir in unserem Ultimaker Account. Und nach der Anmeldung im Konto ist auch hier das Konto mit Kura synchronisiert. Was hat das jetzt für einen Vorteil? Na, das erzähle ich dir natürlich im nächsten Kura-Minitipp. Sonst ist dieser Minitipp ja kein Minitipp. Darum bin ich für heute raus. Vielen Dank und Tschüss.